Was? Aber nachdem die die gebufft haben, ähm, kann er ja jeden Survivor zwei, dreimal treffen. Das ist nicht mehr feierlich, in meinen Augen. Äh, nein. Weder noch, weder noch Angelo, weder noch. Rocket League ist nicht so meins, äh, PUBG auch nicht. Dafür spiele ich aber hier in dem Game, was ich gerade in Fortnite, den Battle Royale-Modus, ab und zu mal. Und der ist ja für alle frei, den kann, den kann ja jeder spielen, brauchst man nichts für bezahlen. Okay, wir haben hier kleines Problem. Das wäre? Guck mal aufs Baulimit. Oh, ich sehe. Das war's mit dem Baulimit. Ja. Ja, jetzt ist auch egal. Baulimit hat sich damit erledigt. Ups. Ja. Na ja, gut. Schade, suchen wir auch Leute, die mitmachen. Ah, du, also. Ich bin nicht so der, äh, der, äh, der so gut in solchen Games ist. Der hat mir die Schrauben geklaut, die Sau. Ich war was, ich nicht. Schau mal, der Priester. Hier ist noch eins. Nein, Leute. Oh. Ja, Saiki spielt jede, äh, Saiki hat jedes, jedes dieser Games. So sieht's aus. Wow. Selbst Steine hab ich nicht mal vorgekriegt wegen denen. What the fuck? Na ja, gut. Ja, aber so, so, Shooter an sich sind, sind nix für mich, Angelo. Das ist der Punkt. Ja. Shooter an sich sind nix für mich. Na, das hier ist, das ist jetzt hier kein Shooter in dem Sinne. Das ist ein Farm und dann baller alles ab, was kommt. So kann man's auch sehen. Ich kann nicht mehr alles auf 100 Cent hochheilen. Hochheilen? Was willst du denn hochheilen? Äh, hochheilen. Voll auspaus. Komm, scheiß drauf. Ich pack jetzt einfach mal alle Fallen hin, die ich gefunden, die ich, die ich habe, die ich hier gefunden habe und so weiter. Scheiß drauf. Einfach, was ich kann. Scheint aber auch so, von Nord bis Ost, von Nord bis Süd zu kommen. Alter, was wollen die denn hier noch alles bauen, ey? Bleib mal locker, Leute. Ach, die undertagel, ich steh erst mal in den Keller rein. So läuft bei dir. Würde ich auch sagen. Also, die Eisfallen sind echt nice, muss ich sagen. Ey, selbst die Blitzdinger, die, die Laserviecher sind, sind quasi, äh, nur kommen wir nichts zu tun und dauernd dadurch, wenn die erst mal eingefroren sind. Hahaha, nice. Weil die nächst gibt's ein Turnier, okay. Ja, also, ich bin, äh, in puncto Abschießen, ne absolute Pfeife. Also, mein Aim ist absolut Katastrophe, Angelo. Aber wie gesagt, danke fürs Dasein, ich wünsch dir eine gute Nacht, ich geh, ich denk mal, du gehst, äh, ins Bett. Und danke dir, ich mach aber auch nicht mehr so lange, das wird, glaub ich, auch unsere letzte Mission im Prinzip sein. Weil, ich muss leider auch relativ früh raus und ich hab gestern schon extremst überzogen. Da ist es mal hilfreich, wenn ich mal wieder etwas früher ins Bett komme. Irgendwas liegt doch hier irgendwie, wo denn? Ist aber irgendwo ein Ausrufezeichen. Aber wo? Ausrufezeichen? Hallo? Dann habt ihr auch eins. Danke nochmal für den Host, mein Lieber. Schlaf schön. Und, äh, ja, wir schreiben, würde ich sagen. Würde ich. Was? So, wo ist die Alte? Komm ja, du Miststück. Da. Wieso hab ich dann auch so bezeichnet? Keine Ahnung, weil ich glaub gerade. Ja, ich hab das auch. Wow. Hahaha. Wo willst du denn hin? Ah, ich hab's. Was ist da? Das ist mein Datensatz wieder. Und irgendwie für irgendein... von den beiden... Oh Gott, ich seh grad. Ich muss gleich echt selber noch einen Muni irgendwie mal wieder herstellen. Die Waffe verbraucht so viel Muni. Oh, hier ist der Strasher gerade. Oh, 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 oh. Uh, den hab ich noch rechts halt hier abgeschossen in die Uhr. Die gute Falle! Ah, das ist mein Datensatz wieder. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Und hier ist der Strasher gerade. wenn du die ein bisschen weiter drinnen abschießt das ist das ist die fähigkeit von dem einen da das ist diese 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 puppe die abfängt ich bin da alles gut ja ich war gerade habe mich gerade schon tot gesehen ich versuche die von hinten ranzukommen die scheinen sie ja nicht ganz zeit zu explodieren geist Das war das Ausrufezeichen nehmen. Okay. Ja, voll sich verkunden, dann haben wir es gleich durch. Passt. Ich zieh. Ja, könnte man schon mal sagen GG, ne? Jodo! Wie, die gibt jetzt Nahkampf oder wie? Ja, ich habe ja Nahkampfangriff. Einen. Einen Nahkampfangriff habe ich ja. Für jetzt. Sehr schön. War doch in Ordnung. War doch in Ordnung. Und wir haben echt schon wieder 12 Uhr, ey. Wow. Ja, Zeit vergeht. Okay. Wie machen die das? Was haben die für Waffen, dass die so viel Schaden machen? Ah, warte mal, der hat so eine Dingswaffe hier, der eine. Ne, 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 ne Mechanische. Ach so, ne Hydraulische? Ja, ja, genau. Und der andere, der hat auch sowas in der Richtung. Okay. Vielleicht vom, vom, vom Räuber Event? Ne, das, die mechanischen Waffen kamen, die nicht früher? Die Hydraulischen, meinst du? Die kamen mit dem, 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 überlebenden Sturm Event. Deswegen. Aber ich krieg gut Punkte hier immer. Das ist jetzt schon das zweite oder dritte Mal, dass ich aufsteige. Geht mir auch so. Ich hab da auch noch einen E-XP-Boost mit reingelegt. Äh, ja. Der muss sich erstmal bei mir abbauen. Ich kann dir gleich mal zeigen, wie hoch der noch ist bei mir. Ja. Jedes Mal, wenn ich hier neu anfange, dann kriegt jeder ein E-XP-Boost mit einem E-GAL. Boyd Upgrade, ja. Es leckt auch gerade bei mir. Ich weiß nicht, irgendwie scheint ja auch in der Grafik ein bisschen was gedreht zu haben. Hast du auch eine Fünfer-Uhr gekriegt? Sah zumindest so aus, ja. So much easier with four people. Da sagst du was, Ricky. Definitiv ist es zu viert um einiges einfacher als zu zweit. Ja, hab aber nur eine Vierer gekriegt, Kappa. Tja. Wolltest du jetzt frech werden wieder? Tja. Alles sammeln. Was haben wir hier? Auftrag abgeschlossen. Kerker und Katakomben. Niiiice! Was haben wir hier? Missionsanlamm? Na, na, na! Joa, Süßigkeiten. Wow. Ah, jetzt müssen wir... Okay, ich kann schon wieder heiß aufmachen. Jetzt müsste man quasi hier unten das machen. Die Welt ist verdammt schlecht. Aufträge... Nebenaufträge... Hm, die Welt ist verdammt schlecht da. Zerstöre zehn Wallet-Stat... Ach, Flood-Statuen wieder. Ah, das ist wahr, das fehlt uns nämlich noch. Richtig. Floodwelt. Sieben von dreißig haben wir schon gemacht bisher. Wow, wir haben jetzt echt nur siebenmal sind wir nur in so eine Mission gegangen? Ja, das waren sieben Missionen. Nein, du musst überlegen, wie lange so eine Mission... Also, jetzt überlegt mal, Leute. Ich habe um 18 Uhr angefangen zu streamen, ne? Wir haben jetzt 12 Uhr, wir haben sieben Missionen geschafft. Wow. So, Schlossjäger. Ah, zwei Schlösser fehlen mir noch. Erkundeschloss Lupai und Schloss Morgenstern. Fehlen mir nur noch. Und bei dir? Hm? Moment, ich habe gerade was... Was fehlt... Was, 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 was? Äh... Aufträge? Oder Schlossjäger. Schlossjäger. Fehlen mir nur noch Schloss Lupai und Schloss Morgenstern. Das war... Jetzt haben wir nämlich gleich auf. Hm. Ja, sag ich ja. Erkundekatakomben des Kerkermeisters. Fehlen mir noch die Hexkruft. Schreienden Schädel. Ja, sag ich ja.